Herzlich willkommen zum Seminar Wissenschaftliches Arbeiten, in dem ich Sie in diesem Semester auf die kommende Bachelorarbeit vorbereiten möchte. Dazu haben Sie die Gelegenheit, eine wissenschaftliche Arbeit selbst zu erstellen und diese auch vorzutragen. Bei mir lernen Sie, wie man das macht, wie wird wissenschaftlich gearbeitet, was sind die richtigen Zitiertechniken, welche Methoden kann ich anwenden und wie kann ich das Ganze dann auch sprachlich sinnvoll umsetzen. Ich freue mich auf Ihre Vorträge und Ihre Beiträge und auch auf unsere gemeinsamen Diskussionen. Wir haben auch hier einen Gastvortrag. Unsere Bibliothekarin wird Sie in die Datenbankrecherche einführen, sodass Sie ganz professionell für Ihre Bachelorarbeit wissen, welche Möglichkeiten Sie zur wissenschaftlichen Recherche an unserer Hochschule haben.